Hallo meine Lieben, ist es das UFO Video, was wir alle schon einmal sehen wollten. Ein fantastisches Video ist letzte Nacht über die sozialen Medien verbreitet worden. Die Aufregung ist groß, manche haben sich schon an der Analyse des Videos rangemacht und auch wir werden heute einen genaueren Blick auf dieses, ja wirklich fantastische Video werfen, das uns wirklich genau das zeigt, was wir immer alle sehen wollten. Liegt darin vielleicht sogar die große Krux, wir schauen uns das gemeinsam an, also bis gleich nach dem Intro. Ja meine Lieben, dieses Video ist gerade einmal ein paar Stunden alt, beziehungsweise seine Existenz ist ein paar Stunden alt. Doch vorab eine kurze Sache, wer sich jetzt schon wieder darüber aufregen möchte, dass dort und hier ein paar M und As und paar grammatikalische Satzstellungen nicht ganz korrekt sind. Von vornherein, das ist spontan, ohne Skript, ganz schnell für euch, um euch die neuesten News in Sachen UFO Videos näher zu bringen, erstellt worden. Also bitte keine, ja Kommentare, die in diese Richtung zielen, das weiß ich ganz gut selbst. Ich habe ja schließlich auch zwei Ohren, mit denen ich hören kann, wie viele es und es da wieder zwischenrutscht sind. Aber so ist das nun mal, wenn man brandaktuell euch davon berichten möchte. Jetzt kommen wir aber zu diesem, ja wirklich fantastischen Video. Und es erinnert uns natürlich an die, ja drei berühmten Videos, Gimbal, GoFast und FLIR, die ja inzwischen auch von dem Pentagon als echt eingestuft worden sind. Ja und so blicken wir, ja auf diesen neuesten Leak, wenn es denn einer ist. Man könne ja vermuten, dass es gar nicht so abwegig ist. Wenn wir nämlich mal zurückblicken, hat es schon zwei Jahre zuvor die New York Post als Titelstory gebracht. Da wurde einem Reporter das jeweilige Video zugespielt. Genauer gesagt, das berühmte Gimbal Video, das erste von den, ja drei berühmten offiziell geleakten Pentagon UFO Videos. Ja und erst zwei Jahre später wurde die ganze Sache dann auch so offiziell vom US-Pentagon, vom Verteidigungsministerium der USA herausgegeben, bestätigt, was auch immer. Ja und so schauen wir natürlich mit vollem Interesse auf das neueste UAP Video, was ja den drei vorherigen schon sehr, sehr ähnlich ist. Und diesmal sehen wir eine viel klarere Sicht. Klar, es ist immer noch ein wenig verschwommen, ein wenig körnig. Aber ja, es sieht schon sehr, sehr stark nach den Kameraaufnahmen aus den Navy Jets aus, die halt ein unbekanntes Flugobjekt, ein UFO oder heute UAP genannt, verfolgen. Was dieses Video dann aber wirklich zeigt, ist nochmal um einiges, um einiges fantastischer als das, was wir aus den bekannten UFO Videos kennen. Denn dort sind Flugmanöver zu sehen, die wirklich so fern allen physischen Konstanten sind. Die können dann nicht mehr mit menschlichen Dingen irgendwie hervorgerufen werden. Ihr hört mich selber, ich bin da wirklich erstaunt, was dort alles auf diesem, ja, noch titellosen Video zu sehen ist. Wir sehen halt, ja, etwas Zigarrenförmiges, ähnlich wie auf dem Gimbal-Video, das ja dann über die Zeit als Tick-Tack bezeichnet wurde. Doch dieses Tick-Tack macht dann wirklich Zick-Zack-Bewegungen, ist von einer Sekunde auf die andere, an einem komplett anderen Ort. Die Kamera versucht es irgendwie einzufangen, der Sensor verfolgt es immer weiter und schafft es einfach nicht, bis es dann auch wieder verschwindet. Das Video an sich ist auch nur 28 Sekunden lang und, ja, man kann es immer wieder zurückspulen und sich angucken, weil es wirklich, ja, ein unschlagbarer Beweis wäre. Das beste UFO-Video im Bereich der Infrarot-Aufnahmen, der FLR-Aufnahmen, die wir wohl je gesehen haben. Dieser kleine weiße Punkt am Anfang, der dann, ja, nach paar Sekunden verschwindet, der gehört wohl nicht dazu. Eine Spiegelung auf der Wasseroberfläche oder eine kleine, ja, Wärmesignatur. Das UFO an sich ist da ja schon deutlich zu erkennen, wo der Fokus drauf gerichtet ist. Ja, ein wirklich fantastisches Video, das leider zur großen Krux, ja, zu gut ist, um echt zu sein. So zumindest war es meine anfängliche Vermutung und, ja, ich weiß es nicht mit 100%iger Sicherheit, doch wir schauen uns das mal jetzt zusammen an, was mich an diesen Videos stört. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das genauso seht oder ob ich da völlig falsch liege, denn da gibt es wirklich so einige Punkte. Dazu habe ich mal das erste, das Gimbal-Video aus dem Jahr 2019 wurde es, glaube ich, offiziell bestätigt und 2017 von der New York Post geleakt. Und wenn ich euch das jetzt mal auf die rechte Seite haue, dann haben wir einen direkten Vergleich zu der, ja, zu der Maske der FLIR-Kamera, also der Infrarot-Kamera. Und da sehen wir leider ein paar Unterschiede. Man muss es leider so sagen, ja, an der einen oder anderen Stelle ist wirklich die Maske dieser Infrarot-Aufnahme, der FLIR-Aufnahme, nicht so wie es eigentlich sein müsste. Nicht so wie auf den vom Pentagon bestätigten Videos. Wir sehen es oben rechts an dem V, auch das RCTL sieht für mich falsch aus. Das Fadenkreuz ist viel dicker. Wir haben dann einen, ja, geschlossenen quadratischen Kasten statt nur zwei Striche, die das jeweilige Objekt anfangen. Wie gesagt, rechts ist das Gimbal-Video. Ich schreibe euch das besser unten nochmal dran. Da sehen wir also eine Originalaufnahme von der Kamera, die an einem, ja, F16 war das, glaube ich, da diesmal an einem Kampfjet montiert ist. Ja, und es stimmt alles nicht so überein. Denn auch unten die Schriftart, die kenne ich sogar, die wollte ich beinahe mal selbst benutzen. Die ist, ähm, ja, leider nicht so, wie wir, wie wir es kennen aus den Original-Videos. Es scheint mir irgendwo da nicht ganz schlüssig zu sein. Auch die Körnung der Kamera scheint sich anders zu verhalten. Und so lauten dann auch die Stimmen, ja, die Kommentare in den sozialen Netzwerken, in denen das Video zuerst auftauchte. Ich kann euch da mal ein paar Kommentare vorlesen. Dort heißt es zum Beispiel, beobachten Sie einfach, wie die IR, also die Infrarot-Temperatur, um einen Grad pro Sekunde abfällt. Es ist eine Fälschung. Und ein anderer Kommentar, das Fadenkreuz ist falsch, der Slave-Text ist nicht richtig ausgerichtet. Es gibt keine Scanlines. Sehen Sie sich das A in NAR oben links an. Es ist auch die falsche Schriftart. Und wieder ein anderer sagt, Sie können auch erkennen, dass es sich um eine Fälschung handelt, basierend darauf, wie glatt die Box um das Ufo herum ist. Sehen Sie sich alle anderen Aufnahmen von echten Zielsystemen an. Ja, und dann habe ich mal einfach die zwei vom Pentagon bestätigten Videos gegenübergestellt. Kann ja sein, dass es da in den jeweiligen Systemen verschiedene Schriftarten gibt. Allerdings zeigt sich dann das gleiche Bild, wenn wir einmal das Gimbal-Video und das Go-Fast-Video, was ja auch vom Pentagon bestätigt worden ist, gegenüberstellen. Und da sehen wir haargenau die gleichen Schriftarten. Daher würde ich einfach mal sagen, es ist leider, leider eine Fälschung. Zu gut, um wahr zu sein. Auch wenn es noch so faszinierend aussieht, noch so fantastisch aussieht. Die einzige Chance, dass es wirklich noch echt ist, ist natürlich, dass das neue Video, noch unbetitelte Video, viel, viel jünger ist. Ihr wisst ja bestimmt auch, Gimbal, FLIR und das Go-Fast-Video sind schon wirklich sehr alt. Stammen Anfang der 2000er, von Anfang der 2000er Jahre und von Anfang der 2010er Jahre. Vielleicht hat man da die, ja, die Maske, das Fadenkreuz, alle anderen Informationen dort einer, ja, einem kleinen Redesign unterzogen. Ich glaube es aber nicht. Ich halte es leider, leider für eine Fälschung. Doch schreibt mir einfach mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr interessieren. Ich hatte ja persönlich direkt an das 20 Minuten Video gedacht, das einmal Lou Elizondo genannt hat, wo man eindeutig sehen könne, dass es nicht von Menschen gemacht ist mit unmöglichen Flugmanövern. Und genau das sehen wir hier auf dem Video. Doch, ja, wie gesagt, ich persönlich halte es für eine komplette Fälschung, die aber mal in den sozialen Medien wieder total viral geht. Und meine Einschätzung, kennt ihr, geht da vorsichtig mit diesem Video um. Es scheint wirklich eine Fälschung zu sein. So, das war es auch schon, meine Lieben, ein sehr, sehr spontanes Video, das ich jetzt wirklich in allem eingesprochen habe, ohne großartige Schnitte oder sonst was. Wie gesagt, wer keinen Bock darauf hat, der schaut nicht rein, klickt nicht hin und wartet einfach auf das nächste Video, was dann hoffentlich morgen kommt. Bis dahin, wie immer Augen auf und bis zum nächsten Video.